Latex... Nein, 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 gib mir deine Schuhe und deinen Brustpanzer, bitte. Bitte, bitte. Junge, willst du mich verarschen? Junge. Latex-Konfiguration abgeschlossen. Ey, sofort screenshot, Mann, Alter. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde des Valve Games mit dem AW, AK Frozen Place. Ich hab die Stadt voll verkackt und geh auf die Brücke. Ich hab zwei... lass wieder da gehen. Ja, okay, da bin ich auch. Ich hab ein Steinchen für dich. Ich hab ein Steinchen für dich. Okay, gut, let's go. Lass hier... Booster. Aber wir haben jetzt übrigens auch den Codenamen Booster bekommen. Booster? Ja, ich bin Booster. Ich bin der Boost-Snacker. Snack wie die Boots, halt. Die Boosts, nicht die Boots. Wir sind einfach die einzigsten, die hier langlaufen. Oder von der Stitch. Ja. Brauchst du eine Hose oder willst du ohne Hose? Ich hab dir einen Helm hingedroppt. Dankeschön, danke, danke, danke. Ich geh mal hier lang, du kannst auf den anderen Weg gehen. Ich geh auf den anderen Weg, Alter. Lol, ich baue mich einfach durch und ich muss mich jetzt mal durchfahren. Ich geh mal hoch in dieses Haus hier. Jack Noor stellt sich vor, ist laut einer Boots von selbst ab. Genau. Oh Mann. Jack Noor ist jetzt einfach... Da kommt Flach. Da kommt Flach, Alter. Jo, Alter, hier oben ist der richtige OP-Ort. Jo, wie viele Kisten hier sind. Wie kommt man da hoch, Alter? Ich hab das einmal gemacht, ne, das war ja so, ich hab's wieder vergessen. Junge. Alter, hier oben wird man richtig OP. Bin ich jetzt schon. Ich hab voll Ketten und... Du musst ja durch diesen komischen Jump da machen, ne? Ja. Ah, ja, jetzt weiß ich's wieder. Jetzt bin ich auch hier. Guck mal hier, ich bin fast mehr OP als du. Du bist einfach mehr OP als ich. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, ey. Sag ich schwör. Wo ist der? Sag ich schwör, der hat gar nichts. Mango-Mango-Mango-Mango-Mango-Mango. Ich booste nicht in meinem Bogen, Achtung. Falsch, falsch, falsch geboostet. Da waren gerade noch drei Leute, äh, nochmal zwei, Team. Verbietsch dich! Das ist mein Team-Mate. Zwei Töten. Ich booste nicht, Achtung. Joder, wie das einfach wie es echt aussah, wie Forcefield, ne? Guck mal hier, ich bin jetzt mehr OP als... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Weißt du, was du wieder bekommst? Was? Boxer. Ähm. Alter, wie ich einfach booste und du kriegst den einfach sofort nicht. Wir können uns niemanden-Chat machen. Hast du noch ein Eisen? Ne, ein Eisen hab ich nicht. Kacki! Oh, shit, du mein. Ficken! Was? Oh, nein! Guck, was ich jetzt mache. Wieder voll Riss. Nein! Junge! Ich... Wenn du dir jetzt runtergefallen wärst, ich hätte so ausgasst. Ja, hier oben sind fette Kisten. Wirklich, sind da fette Kisten? Ich riskier's lieber nicht. Richtig fett, Alter. Ich bin zu inkompetent, das springen, Alter. Das ist wie, als ob du so einen besoffenen Autofahrer dann so fahren lässt. Und so... Guck mal, das sind einfach Kisten, wo ich nicht drankomme. Richtig asozial. Mach, äh, Blockabbau. Fuck. Ich komm einfach nicht drauf, Alter! Vergiss es. Ist eh nichts mehr da. Ja, Griefer. Junge! Wie ich mir einfach gerade gedacht hab, wegen der Fallschule, lass mich runterboxt. Komm, lass mal wieder hinten auf die Sandpromenade oder so. Ich muss da hier... Ich muss jetzt diese Kiste bekommen. Hautsache ein bisschen leer. In der Mitte... In der Mitte ist jemand. Hab auch ein bisschen was gesehen. Von der Grafik. Alter, ich hab die übelsten... Du bist gar boostet, Alter! Ich hab die übelsten Legs, Alter. Einfach so, mit einem Diameinchen draufhauen, ich booste dich nur. Ich booste dich nur. Jo! Ultralachs. Hä, was ist denn los, Alter? Ich hab hier besseren Händen für dich. Ich hab hier den Wasser, der wieder die 100% Latex errascht. Latex... Nein, 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 gib mir deine Schuhe und deinen Brustpanzer, bitte. Bitte, bitte. Junge, willst du mich verarschen? Junge. Latex-Konfiguration abgeschlossen. Ey, sofort Screenshot, Mann, Alter. Richtig. Latex-Konfiguration. Konversation, Alter. Bisschen Screens machen. Ich mach auch die Screenshots immer mit den Namen, damit ich dann sicher bin. So, so, so. Hier ist niemand. Geh, schweckerlern, der Bischof. Willst du die Rüstung wiederhaben? Dein Fischentzirn, Sekunden. Ey, komm, lass dich schnell Rüstung tauschen. Ne. Dann willst du so als Latex mal Falten geben. Genau. Ich bin der Latex-Schmann, ey, hab Respekt vor mir. Ich sag, ich schwöre. Ich hör dir weg. Okay, ich hab doch Eisenschuhe. Das geht dann doch schon klar. Als Latex-Mann. Läuft bei dir. Das ist so ein Vollidiot, der mich mit seiner scheiß Angel die ganze Zeit buset, Alter. Ich werd von einem anderen zerfickt. Aber ich hab einen Kuchen, also. Kein Ding. Ey, Leute, was ist mit dem los, Alter? Mach dem alle, bitte. Danke. Hier hast du noch bessere Hose. Wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? Drei. Zieh mal das an. Drei, okay, dann ist das perfekt. Mach aber mit Steinschert, oder? Ich kann dir auch ein Diamantschert machen, wenn du willst. Hier, hier ist ein Dierschert. Wie viele Diers hast du? Zwei Stück noch. Ich hab auch vier. Ich hab jetzt sechs Diers. Mach dir eine Hose oder irgendwas. Ne, das geht ja gar nicht. Hose mit sechs Dierschert. Nicht auf ein Dierschert. So Diamantenbrust kannst du dir in den Wald gehen. Mach aber ein Dierschert, bitte. Gut. Jetzt könntest du noch Schuhe machen. Ist mir egal, komm. Ist mir egal. Ist mir egal. Hast du, ähm, ich hab noch die Absorptionsherzen, deswegen. Ja. Und wie viel ist er rein? Ist mir auch egal. Okay, gut. Let's go. Fragezeichen, W.T. Warte, ich bin gleich voll. Und go. Ich darf dich eh fixen und vorkommen. Komm, vorn. Uh. Scheiße. Komm. Muss ja nur. Warte, ganz kurz, gleich für Inf sortieren. Okay. Wir machen mit Bogen, oder? Ja. Und mit Angeln. Ja. Und go. Ich bin ein Bowlsperm, Alter. Kruppel. T-T-T-Tag. Es war die Kruppel-T-T-Tag, Junge. Ja. Halt das Herz. Nein. Komm, Pfeil. Einer muss doch treffen. Nein. Was ist das denn, Alter? Drei Pfeile, Alter. Ich habe einfach die ganzen ersten fünf Sekunden versucht, so einen scheiß Code Club zu setzen. Oh, Mann. Richtig ist gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es ist die Hunde gefallen. Und... Ja. Aber wie willst du noch was sagen? Ja, ich bin eine Katze, mach wow. Was? Ich bin eine Katze, mach wow. Das ist, ähm, professioneller Abschluss. Okay, gut. Also, haut rein, Leute. Und merkt euch das. Ihr müsst es wissen. Katzen machen, wow. Ciao. Ciao. Ciao.